Missbrauchsklage gegen Marilyn wurde abgewiesen. Marilyn Manson, 54, konnte einen kleinen Erfolg einfahren. Vor rund zwei Jahren wurden gegen den Rocker heftige Anschuldigungen erhoben, mehrere Frauen hatten dem Musiker vorgeworfen, von ihm sexuell missbraucht und vergewaltigt worden zu sein. Einige Frauen reichten darauf hingegen den Sweet Dreams Interpreten eine Klage ein. Eine von ihnen ist Ashley Smith, die im Juni 2021 vor Gericht ging. Jetzt wurde ihre Klage abgewiesen. Wie People berichtete, wurde der Fall von einem Richter in Los Angeles abgelehnt. Grund soll Ashleys Versäumnis gewesen sein, sich entweder selbst zu vertreten oder einen neuen Anwalt zu engagieren. Allerdings habe das Model die Möglichkeit, seine Klage erneut einzureichen, sofern es das möchte. Während sich die Klägerin dazu noch nicht geäußert hat, veröffentlichte Marilins Anwalt folgendes Statement, Wir wünschen ihr alles Gute und werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass diejenigen, die versucht haben, unser Rechtssystem zu missbrauchen, einen hohen Preis zahlen müssen. Anführungszeichen Ashley und Marilyn hatten 2010 eine Beziehung geführt. Laut People behauptete seine Ex-Freundin, dass er ihr gegenüber gewalttätig geworden sei. Marilyn habe sie geschnitten, ausgepeitscht und gebranntmarkt, indem er seine Initialen in ihr Bein geritzt haben soll. Ich bin eigentlich wieder dem ein neues Erdbeeren und den Einglhydraten in der Kamera nicht zu vertreten. dass er egal was, bei der Bein des Neufels ist. Ich bin eben dafür, über die Bein der Bein der Bein der Bein der Bein, bei der Bein der Bein der Bein der Bein gefachtschlepfläche. Und dann geht's이에요! Ich bin damit vor heute,